Sehr geehrtes Publikum, liebe Zuhörende, die sich in den Livestream eingewählt haben, herzlich willkommen zur Konferenz Das Afghanistan-Desaster – Lehre für die Zukunft vom Frankfurter Forschungszentrum Globaler Islam am Forschungsverbund Normative Ordnung an der Goethe-Universität in Frankfurt. Die Leitung hat Frau Prof. Susanne Schröter und Schirmherrin ist Frau Staatsministerin Lucia Puttrich vom Hessischen Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten. Wir freuen uns, im Gebäude Normative Ordnung auf dem Uni-Campus heute zusammenkommen zu können. Ich bin Bianca Steinewa und darf Sie heute durch den ersten Block mitnehmen, auf den ich sehr gespannt bin. Wir sind sehr froh, dass Prof. Dr. Enrico Schleif, Präsident der Goethe-Universität Frankfurt, heute bei uns ist. Prof. Schleif ist seit 2007 Professor für molekulare Zellbiologie der Pflanzen an der Goethe-Universität und seit Januar 2021 Präsident unserer Uni. Prof. Schleif hat trotz eines länger geplanten Anschlusstermins sich die Zeit genommen, ein Grußwort zu uns zu sprechen, muss sich aber relativ schnell danach verabschieden. Schön, dass Sie heute bei uns sind und ich übergebe das Wort an Sie. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Generalleutnant Laubenthal, sehr geehrte Referentinnen und Referenten, liebe Frau Schröter, liebe Rebecca, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrtes Publikum im Saal und über den Livestream. Willkommen an der Goethe-Universität und willkommen am Campus Westend. Ich freue mich, heute mit der Afghanistan-Konferenz wieder eine größere, eine wichtige, eine aktuelle Veranstaltung in Präsenz und unter Beteiligung internationaler Gäste an unserer Universität eröffnen zu können. Es ist gut zu sehen, dass das Interesse, sich wieder in Präsenz zu begegnen und sich zu wichtigen Themen unserer Zeit in ganz unmittelbarem Zusammentreffen austauschen zu können, so groß ist. Meine Damen und Herren, Afghanistan. Ein Land, das seit dem Sturz des Königs Mohammed Sahir Shah im Sommer 1973 geprägt ist von politischen Instabilitäten. Der Intervention durch die Sowjetunion und die Unterstützung afghanischer Islamisten durch die USA, den Bürgerkrieg zwischen 89 und 2001 und der darauf bis zu diesem Jahr folgenden Interventionen durch einen Verbund geführt durch die USA. Ich selbst wurde 1971 geboren. Ich kenne dieses Land nur aus den Nachrichten und es waren nie die Besten. Bis heute, bis heute früh, wo zum Beispiel das Thema Bildung für Frauen beziehungsweise nicht mehr Bildung für Frauen in Afghanistan, welche sicher auch heute und hier noch beleuchtet wird, wieder in den Medien ist. Meine Damen und Herren, wir reden über drei Generationen. Es ist heute notwendiger denn je, die Frage zu stellen, welche Lehre wir für die Zukunft ziehen. Und das in einem offenen, demokratischen Diskurs, in dem Expertinnen und Experten produktiv miteinander streiten, sich Bürgerinnen und Bürger über wichtige politische Fragen informieren können und eine differenzierte Haltung zu den verschiedenen Themen, die unsere Gesellschaft bewegt, entwickeln. Die heutige Konferenz ist ein gutes Beispiel für die erfolgreiche Zusammenführung von Wissenschaft, Politik und interessierter Öffentlichkeit an der Goethe-Universität. Für den Mut, auch schwierige Themen zu adressieren und zur Diskussion zu stellen. Nur so können wir, und das gemeinsam, die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft gewährleisten. Unser besonderer Dank gilt der Schirmherrin der heutigen Konferenz, Frau Staatsministerin Lucia Puttrich, hessische Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheit. Und wie Sie wissen, unterstützt Frau Puttrich diese Konferenz nicht nur symbolisch, sondern wird sich an der politischen Podiumsdiskussion am Nachmittag beteiligen. Zusammen mit Nicola Beer, Lamia Kador und Armand Zorn. Zum Gelingen und Zustandekommen dieser Konferenz hat darüber hinaus Frau Dr. Ingrid Gräfin zu Solms Wildenfels beigetragen. 2020 hat sie den Menschenrechtspreis der von ihr gegründeten Stiftung an die afghanische Bürgermeisterin Sarifa Ghafari vergeben und sich für ihre Evakuierung aus dem nunmehr von dem Taliban kontrollierten Afghanistan eingesetzt. So hat sie persönlich und mit ihrer Stiftung in mehrfacher Hinsicht ganz wesentlich dazu beigetragen, dass Frau Ghafari heute im Rahmen dieser Veranstaltung zu uns sprechen und mit uns in die Diskussion eintreten kann. Doch, meine Damen und Herren, vergessen wir an dieser Stelle nicht die vielen Menschen, die noch immer nicht ausreisen konnten. Danken möchte ich an dieser Stelle natürlich auch der Organisatorin dieser Konferenz, Prof. Dr. Susanne Schröter, Direktorin des Frankfurter Forschungszentrum Globaler Islam am Forschungsverbund Normative Ordnung der Goethe-Universität sowie als Mitausrichterin Rebecca Schmidt, die Geschäftsführerin des Forschungsverbundes. Frau Schröter hat sich mit dem Frankfurter Forschungszentrum Globaler Islam der Beleuchtung aktueller und kontroverser Themen unserer Zeit verschrieben und betreibt Wissenschaft mit der Gesellschaft und für die Gesellschaft. Das internationale Forschungsteam um Frau Schröter verbindet im Frankfurter Forschungszentrum Globaler Islam regionale und nationale mit transnationalen und globalen Perspektiven. So gelingt es auch, größere Zusammenhänge herzustellen, die mitunter auf ethnografischen Grundlagenforschung von jungen Forschenden basieren, die teils selbst muslimischen Glaubens sind und die Untersuchungen in ihren Heimatländern durchführen. Besonders Studierende und Promovierende haben hier also die Möglichkeit, ihre Ergebnisse zusammenzutragen, intern auszutauschen, aber auch Veranstaltungen öffentlich zu präsentieren. Speziell zu Afghanistan sind hier bereits zwei Promotionen, bin hoffentlich richtig informiert, zum Polizeiaufbau 2012 und zu Frauenrechten 2020 erfolgreich abgeschlossen worden. Das Frankfurter Forschungszentrum Globaler Islam verfolgt so bereits über einen langen Zeitraum die Situation in Afghanistan in verschiedenen Bereichen und war so in der Lage, immer wieder auf Fehlentwicklungen hinzuweisen, die zu den für die Öffentlichkeit unerwarteten drastischen Veränderungen in Kabul führten und die wir nun in dieser Konferenz dargelegt bekommen. Als Präsident der Goethe-Universität sehe ich für die Zielsetzung Wissen für die Entwicklung, die Nachhaltigkeit und die Gerechtigkeit im 21. Jahrhundert zu generieren und das nicht nur für Mitteleuropa, diese Konferenz als maßgeblich. Ich bin zuversichtlich, dass wir mithilfe der Expertise und der Motivation, die heute hier mit Ihnen allen versammelt ist, einen Beitrag zur Erreichung dieser Ziele leisten können. Ich wünsche Ihnen einen intensiven Austausch und andere anregende Diskussionen mit Blick auf die Zukunft, mit Blick auf die kommenden Generationen in Afghanistan. Herzlichen Dank. Applaus 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 Vielen Dank.